Zur Mercosur-Gruppe gehören die Gründungsmitglieder Brasilien, Paraguay, Uruguay und Argentinien. Zusammen ist das ein riesiger Markt. Mehr als 270 Millionen Menschen leben hier. Venezuela nimmt nicht an dem Handelsabkommen mit der EU teil. Seine Mercosur-Mitgliedschaft ist seit Jahren suspendiert. Die übrigen Staaten Südamerikas sind nur assoziierte Mitglieder und nehmen auch nicht an dem Abkommen mit der EU teil. Und so sehen die Handelsbeziehungen bisher aus. Die EU verkauft vor allem Fahrzeuge, Maschinen und Chemieprodukte an die Mercosur-Mitgliedsstaaten. Aus Südamerika in die EU kommen umgekehrt insbesondere Nahrungsmittel wie Rindfleisch, Mais und Soja. Durch das Handelsabkommen sollen die Einfuhrzölle auf mehr als 90 Prozent der gehandelten Güter schrittweise entfallen. Ökonomen versprechen sich einen Wohlstandsgewinn für alle Beteiligten durch einen riesigen gemeinsamen Absatzmarkt. Und günstigere Preise für Verbraucher durch den Wegfall von Zöllen. Doch das Abkommen ist auch umstritten. Landwirte in der EU fürchten, im Wettbewerb mit südamerikanischen Großbauern nicht bestehen zu können. Umweltschützer befürchten, dass bei der Produktion in den Mercosur-Staaten ökologische Standards nicht eingehalten werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017